Wie siehst du diese Partie, Burschi? Sie gehen punktgleich rein in dieses Spiel. Könnte ein enges Match werden. Es kann also losgehen mit den ersten 45 Minuten. Anstoß England. Für jeden Spieler ist es was Besonderes, im Trikot der Nationalmannschaft aufzulaufen. Absolut, Wolf. Das zeigt, dass sie zu den besten Kickern im Land gehören, dass der Trainer ihnen das Vertrauen schenkt in solchen Spielen. Und die ganzen Steipers. Gefährlich. Kane. Kane. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungsstart. Kurze Ecke jetzt. Ball ist unterwegs. Harry Kane. Gar keine Gefahr hier in der Situation. Super dieses Zuspiel. Gefährlich. Kann er was draus machen. Klasse Tackling hier. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Was draus zu Harry Kane heute alles zu, Buschi? Mich begeistert immer wieder, wie gut der mit seinen Kollegen zusammenspielt und wie er die Mitspieler immer wieder einsetzt. Der Ballverlust. Kane. Da kommt er nicht richtig hinter den Ball und dann ist er leicht abzulegen. Auf außen ist Platz. Jetzt ist es gefährlich. Klasse Pass. Einwurf England. Rose. Gute Balleroberung. Was machen sie draus? Macht er gut. Jetzt vielleicht die Flanke. An dem Ball waren sie noch dran. Ecke. Ecke kommt kurz. Das macht er gut. Den Ball hält er fest. Den Ball kann er klären. Trent Alexander Arnold. Sterling jetzt am Ball. Henderson. Ja, könnte was werden. Was macht er draus? Ja, geht gut dazwischen. Ballverlust. Harry Kane. Oh, Latte. Da wäre der Treffer beinahe gefallen. Stark gemacht eigentlich. Ich weiß nicht, ob er den gehalten hätte. Super dazwischen gegangen. Wings. Henderson. Harry Kane. Und die Balleroberung. Wichtig. Das frühe stören jetzt. Da wäre Platz auf außen. Kommt jetzt die Flanke rein. Markt und das Tor. Schossel lebt noch. Beklärt hier aber keine schlechte Gelegenheit. Wie er den noch hält, wie er da den Rückstand verhindert, das war ein ganz großes Kino. Aber es ist bei Uruguay. Aber es ist bei Uruguay. Gefährlich. Gefährlich. Sieht gefährlich aus. Ball kommt weit. Situation geht weiter. Immer noch gefährlich. Wings. Rose. Und da kommt er an den Ball. Anderson. Sterling jetzt am Ball. Da war mehr drin. Aber der Abschluss war nicht gut genug. Keine Überraschung, dass es hier 0 zu 0 steht angesichts dieser Zahlen. Beide machen einfach zu wenig, holen kaum Chancen raus. Und das Ergebnis ist ein wenig berauschendes Spiel. Ball in Zeiten ausgeklärt. Sie bekommen den Einwurf. Viel Vorwärtsdrang vor Uruguay. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Sie machen Druck, da haben sie den Ball. Fange kommt weit. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Gute Aktion. Macht er gut. Trend Alexander-Arnold. Wings. Klasse Pass. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Gut dazwischen gegangen. Im eigenen 16er. Da ist der Ball weg. Die Nachspielzeit zwei Minuten. Viel Zeit ist das nicht mehr. Oh, das war wichtig. Wenn der Ball ankommt, dann wird es hier gefährlich. Da müssen Sie aufpassen jetzt. Schönes Zuspiel. Oh, Ball gewinnen. Hätte gefährlich werden können. Keine Tore zur Pause für beide Teams. Vor allem offensiv. Sicher noch Luft nach oben. Ordentliches Spiel von beiden Teams. Die zweite Hälfte im Wembley Stadium kann beginnen. Los geht's. Und da ist der Ball wieder weg. Das ist Freistoß für England. Die Fans liegen sich in den Armen, die Spieler liegen sich in den Armen. Und so hatten sie sich das vorgestellt. Wings. Anderson. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. Ja, das ist Pressing. Guter Pass. So machen sie das Spiel breit. Sieht gefährlich aus. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Ja, könnte was werden. Rose. Wings. Ja, da müssen sie aufpassen. Rushford. Kane. Die Engländer jetzt. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Jetzt können sie vielleicht kontern. Da war die Chance für den Konter da, aber so wird das nichts. Der Ball ist wieder weg. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Gute Pässe jetzt. Immer wieder wird der Ball kurz und schnell weitergespielt. Sie liegen hier ja. Klasse Zuspiel. Gefährlich. Ja, er hat den Ball. Im eigenen 16er. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Wieder so ein klasse Pass. Rose. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Kane. Hätte gefährlich werden können. Gut, dass sie da klären. Vorteil Uruguay. Freistoß Uruguay. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Das sieht vielversprechend aus. Den Ball holt er. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Der ist soweit. Ein Wurf Uruguay. Weiter hoffen die Fans auf den späten Ausgleich in dieser Partie. Macht er gut. Kann er was draus machen. Viel mit Auge. Was macht er draus? Lange Flanke jetzt. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Vielleicht die Konterchance. Rushford. Tja, Ball wieder weg. Da müssen sie einfach konsequenter sein. Bei so einer Konterchance. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Gute Aktion. Jetzt könnte die Hereingabe kommen. Da passt er auf und hat den Ball. Klasse Aktion. Ball ist weg. Klasse Pass. Ja, könnte was werden. Der Pass. Nix zu halten hier. Fahne ist oben. Abseits. Und damit zählt das Tor natürlich nicht. Rose. Wings. Henderson. Unaufhaltsam. Jetzt ist gefährlich. Harry Kane. Vorteil. Ja, weiter die Engländer. Jordan Henderson. Könnte der Ausgleich sein. Den hält er völlig ohne Probleme. Vielleicht geht jetzt was. Es gibt Ecke. Henderson mit der Ecke. Abwehrversuch scheitern. Zähne geht weiter. Vorne der Ballgewinn. Stoners. Da steht die Abwehr sicher. Frühe Stören jetzt. Den Ball hat er. Ganz souverän. Können Sie sich befreien? Wings. Harry Kane. Vielversprechender Spielaufbau. Ob sie den wahrscheinlich letzten Angriff zum Ausgleich nutzen können. Ja, jetzt müssen Sie aufpassen. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Da verlieren Sie den Ball. Klasse Vorstoß. Da müssen Sie aufpassen. Kane. Wichtiges Tackling hier. Geburt.